Hallo und herzlich willkommen zum Hardware Talk. Wie ihr seht, bei uns ist alles brandneu. Wir haben ein niegelnagelneues Studio, wir zwei sind aber dieselben geblieben. An meiner Seite der Wolfi, ich bin der Felix. Stichwort brandneu. Wir schauen wieder die Top-Smartphones für euch an. Wolfi, was haben wir heute mitgebracht? Wir haben mit die neueste Galaxy S-Serie von Samsung, also Galaxy S21, S21 Plus und S21 Ultra. Genau, die werden wir uns dann in vier Kategorien ansehen, werden die jeweils bewerten. Das Spannendste ist aber, ihr seid auch gefragt. Was wollt ihr wissen? Stellt eure Frage zu diesen drei Geräten direkt unter dieses Video. Und was ist das Beste daran? Das Beste ist, ihr könnt dann eins dieser drei Babys, also im konkreten Fall das Galaxy S21, gewinnen. Also gescheit kommentieren, dann habt ihr große Chancen, dieses Handy bald euer eigen zu nennen. Großartig. Was wir vielleicht auch noch sagen wollen hier im Studio zu Covid, wir sind natürlich alle negativ getestet und bis auf uns als Moderatoren tragen natürlich alle weiterhin Masken. Wolfi, ich hätte gesagt, legen wir los. Los geht's. Gut, wir haben vier Kategorien mitgebracht. Erste Kategorie, Kategorie Design. Erste Kategorie Design, Wolfi. Was müssen wir zu diesen drei Prachtstücken wissen? Was haben Sie gemeinsam? Was unterscheidet Sie? Was springt uns sofort ins Auge? Also Sie haben eins vor allem, gemeinsam schauen sie diesmal richtig gut aus. Samsung hat es vor allem, wenn man sich die Rückseite anschaut, endlich mal geschafft, das Kameramodul richtig gut unterzubringen. Bei den Vorgängergeräten war das immer so, dass es irgendwie draufgepickt war, das Kameramodul auf der Rückseite. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Jetzt ist es wirklich schön integriert und es wirkt wie aus einem Guss. Zweites cooles Feature oder cooles Ding ist, dass es jetzt ein Flat-Display hat, das S21 und S21 Plus. Ist ganz nach meinem Geschmack, weil bei dem Kantendisplay da war es immer so, dass ich beim Tippen an der Seite angekommen bin und das war relativ nervig, weil ziemlich oft Tippfehler zustande gekommen sind. Jetzt ist es so, dass es flach ist. Ich finde, es schaut gut aus und es liegt irgendwie auch besser in der Hand, aber Felix, beim S21 Ultra ist es ja noch ein Edge-Display. Ja, so unterscheiden sich nämlich die Geschmäcker. Du hast gesagt, bei dir ist es ein Flat-Design, bei mir ist es wirklich noch das Edge-Design. Mir persönlich gefällt es sehr, sehr gut. Ich finde, es gibt diesen Premium-Touch. Das Ganze ist mit 6,8 Zoll sehr groß, sehr wuchtig. Durch diese leichte Wölbung wirkt es aber klein aus, als es tatsächlich ist und liegt gut in der Hand, finde ich. Ja, und Materialien sind ja auch ziemlich edel bei deinem Teil. Genau, also Materialien beim S21 Ultra und auch beim Plus habe ich auf der Rückseite Glas verbaut. Beim einfachsten beim S21 ist es Kunststoff. Genau. Ich habe ein sehr mattes Finish. Bei mir ist es ein rein Schwarz-in-Schwarz-Modell. Gefällt mir persönlich sehr, sehr gut. Fingerabdrücke sieht man deutlich weniger. Und ja, lässige Geschichten. Wie du schon angesprochen hast, mein persönliches Highlight im letzten Jahr war es ein bisschen aufgeklebt. Das Kameramodul, jetzt geht es wirklich fließend in das Ganze über. Gefällt mir sehr, sehr gut. Genau, und ich meine, das schwarze, das Phantom Black, das schluckt dir richtig das Licht. Das ist eher grau gehalten und eben aus Kunststoff beim S21. Hat aber den Vorteil, dass es deutlich weniger kratzeranfällig ist und auch mal runterfallen kann. Das bringt nichts. Also finde ich, ist eine gute Sache. Und weiter, das cooles Feature, Felix. Bitte, bitte, bitte. Ist natürlich 120 Hertz, ist überall dabei. Das heißt, hohe Bildwiederholrate. Man kann es hier schon sehen beim Scrollen. Zeigst du das vielleicht einmal her für alle, die nicht wissen, was 120 Hertz sind. Oder in was für einem Fall verwendet man das überhaupt? Was hat das für eine Mehrwert? Ist einfach cool beim Scrollen. Man sieht hier, das linke Händis ist ein S10. Da wiegt das Ganze ein bisschen abgehackt. Und hier wiegt das wirklich schön flüssig. Ist einfach ein Eyecatcher. Also schaut einfach saucool aus. Und wird hoffentlich bei immer mehr Händis eingesetzt. Und man möchte eigentlich nicht mehr zurück, wenn man es einmal gehabt hat. Großartig. Ich hätte gemeint, schließen wir diese Kategorie vielleicht ab? Geben wir eine Wertung. Es sind maximal 10 von 10 Punkten möglich. Was gibst du in der ersten Kategorie? Also ich gebe die volle Anzahl. 10 Punkte. Design ist wirklich das Beste der ganzen Galaxy S-Serie, das es bisher gab. Wie gesagt, Kameramodul ist toll. Die Haptik und das Handling ist super. Lass kaum Wünsche offen. Und Display sowieso. Wahnsinn. Also Videos drauf schauen, super. Schön. Da schließe ich mich an. Ich gebe auch die vollen 10 von 10 Punkte. Das hat schon seinen Grund, warum Samsung auch für andere Hersteller die Displays baut. Die wissen, was sie machen. Also das ist das Beste vom Besten, was man Anfang 2021 erwarten darf. Es ist bei der Helligkeit wieder ein Rekord gebrochen worden mit 1500 Nits. Also das ist wirklich ein sehr, sehr hoher Wert. Sehr, sehr hell. Sehr, sehr scharf. Sehr, sehr farbenfroh. Und das Ganze drumherum, wie wir schon gesagt haben, das ist einfach ein Premium-Flaggschiff. Genauso stelle ich es mir vor. Deswegen 10 von 10 Punkten. Ich hätte gesagt, gehen wir über zur nächsten Kategorie. Für alle, die vielleicht jetzt erst eingeschalten haben, was muss man wissen, Wolfi? Wir haben nämlich ein Highlight heute mitgebracht. Ihr müsst wissen, dass ihr ordentlich kommentieren solltet. Denn wenn ihr kommentiert, habt ihr vielleicht das Glück, auserwählt zu werden, zum Gewinner oder zur Gewinnerin dieses tollen Galaxy S21. Also mitmachen und kommentieren. Großartig. Gehen wir weiter zur nächsten Kategorie Kamera. Wolfi, Kategorie Kamera ist auch ein Highlight für mich persönlich. Was müssen da unsere Zuseher wissen? Ja, also eine Kamera wurde ordentlich gewerkelt, vor allem beim Galaxy S21 Ultra. Der Felix wird uns dann eh gleich ein bisschen mehr noch darüber erzählen. Beim Galaxy S21 und beim S21 Plus ist dieselbe Ausstattung drauf. Das heißt, so wie eigentlich immer, eine Kleinbildkamera, eine Ultra-Weitwinkelkamera und eine Telekamera. Also ähnliche Ausstattung und auch ähnliche Bauweise wie im letzten Jahr. Allerdings Besitzer vom Galaxy S10 zum Beispiel oder davor, die werden einen richtig großen Sprung bemerken. Was mir aufgefallen ist, ist, dass der Summfaktor halt leider nicht allzu hoch ist. Also optisch ist es nur 1,1-fach, mit Hybrid 3-fach. Die Telelinse hat aber eine sehr hohe Megapixel-Anzahl, dadurch kann man da schon noch was rausholen. Aber ab 5-fach würde ich es dann nicht mehr unbedingt empfehlen. Und was mir noch sehr taugt, ist der Nachtmodus. An dem wurde nämlich wirklich viel gearbeitet. Man merkt auch die Power des Handys. Also wenn man Nachtaufnahmen macht, dann braucht das ordentlich viel Bildbearbeitung, also viel Prozessor-Power. Und die Aufnahmen werden schneller erstellt als früher und sie sind auch schön ausgewogen belichtet. Die Farben wirken sehr natürlich, also es ist wirklich gut gelungen. Man merkt, dass... Man hat auch ein paar Bilder mitgebracht, gell? Genau, und Samsung hat wirklich softwareseitig viel gearbeitet. Nicht nur so eine Hardware, aber mehr softwareseitig. Das ist bei dir natürlich genau das Gegenteil. Ja, Hardware ist dann eh mein Stichwort. Ich drehe das ganze Handy um, dass man das einmal schön sieht. Wir haben hier eine Quad-Kamera, das heißt vier Linsen plus einen Autolaser-Fokus. Hauptlinse wieder mit 108 Megapixel. Aber das wirklich Besondere ist eigentlich der Zoom. Du hast das schon angesprochen. Im Vergleich zu denen ist das gewaltig. Ich bin wirklich begeistert. Ich war die letzten Tage unterwegs. Ich habe einen dreifach optischen Zoom und einen zehnfach optischen Zoom. Ist so auch wieder ein Rekord. Hat es in einem Smartphone noch nie gegeben. Haben wir euch auch ein Bildmaterial mitgebracht. Die Qualität ist sensationell. Ich bin wirklich begeistert. Auch selbst in der Nacht kann ich zehnfach optisch zoomen. Auch super Aufnahmen geworden. Und speziell wenn ich zoome jetzt draußen. Es ist windig. Ich stehe vielleicht nicht immer gerade. Mir ist kalt. Gibt es jetzt den Zoom-Log. Was ist das? Da kann ich ab der 30-fachen Vergrößerung mir im Bildausschnitt ein Motiv markieren. Und der hält das dann wirklich. Also er lockt. Und selbst wenn ich ein bisschen wackeln sollte mit den Händen, habe ich es trotzdem noch scharf. Das ist wirklich gelungen. Coole Sache. Ja, ist ziemlich cool. Vielleicht was euch aufgefallen ist. Alle drei Modelle haben keinen Time-of-Light-Sensor mehr. Also keinen eigenen dezidierten Sensor für Tiefeninformationen mehr. Porträts gehen aber trotzdem gut. Also sowohl beim Ultra als auch beim S21. Also das Handy schafft es softwareseitig anscheinend sehr gut. Man sieht es eh auch an den Beispielaufnahmen. Den Vordergrund vom Hintergrund zu trennen. Man kann natürlich sich spielen mit der Schärfe so wie immer. Schönes Bokeh bekommen. Also ist gut gelungen. Ich habe nicht gedacht, dass es ohne diesen TOF-Sensor geht. Aber scheint zu funktionieren. Sehr cool. Kommen wir abschließend gleich zur Bewertung, Wolfi. Ja. Was haben deine beiden Geräte verdient? Was gibst du ihnen? Also ich gebe beiden eine gute Acht. Und zwar deswegen, weil eben, wie schon gesagt, Samsung hat da sehr viel gearbeitet. Vor allem bei softwareseitigen Verbesserungen. Hardwareseitig ist es halt ungefähr dieselbe Ausstattung wie letztes Jahr. Deutlich besser als vor zwei Jahren. Aber sonst grundsätzlich dasselbe wie letztes Jahr. Insofern bekommen sie von mir einen Acht. Und ich hätte mir vor allem nämlich ein bisschen stärkeres Tele gewünscht. Okay, nein. Ich gebe wieder volle 10 von 10 Punkte, weil das ist wieder top of the notch. Beste an der Technik, was man haben kann. Ich habe im Pro-Modus, kann ich RAW fotografieren mit 12 Bit, mit HDR. Ja, das ist ziemlich cool. Ja, nein. Und die Dual-DE-Linse hat mich umgehaut. Wirklich, wirklich spitze. Deswegen volle Punkte anzahlt. Schreiten wir voran zur dritten Kategorie. Kategorie Innovation. Für alle, die wieder erst eingeschaltet haben, ganz, ganz wichtig. Stellt eure Frage, was wollt ihr zu diesen drei Geräten wissen, direkt unter dieses Video. Und ganz am Ende könnt ihr dieses wunderbare Modell, das S21, auch gewinnen. Genau. Gut, wir sind schon weit vorangeschritten. Wir sind bei der dritten Kategorie angekommen. Kategorie Innovation. Wolf, was ist da relevant? Also das Galaxy S21 und S21 Plus, das würde ich als eher iteratives Update bezeichnen. Das heißt, es hat sich im Vergleich zum Vorgänger nicht so irre viel getan. Der richtige Kracher fehlt. Also letztes Jahr war der Kracher mit dem 120 Hertz Display. Das wurde hier natürlich etwas verbessert. Das ist jetzt adaptiv, auch bei den beiden Modellen. Das heißt, bei statischem Content wird das Bild nicht so oft wiederholt wie beim Scrollen zum Beispiel. Das hilft zum Beispiel, Akku zu sparen. Also das ist schon eine ganz coole Sache. Dann softwareseitig habe ich eh schon erwähnt. Eben Kamera ist schneller. Es gibt auch coole neue Modis, zum Beispiel 8K Snap. Was ist das zum Beispiel? Genau, also ich nehme eine Sequenz auf, 10 Sekunden. Und das Handy errechnet mir dann die 10 schönsten Fotos aus dieser Sequenz. Die kann ich dann nehmen, um schöne verwackelungsfreie Bilder zu bekommen. Das ist zum Beispiel dann praktisch, wenn ich Tiere oder Objekte, die sich bewegen oder auch Kinder natürlich, die nie ruhig halten, aufnehmen will. Dann macht man besser so einen Snap als viele Einzelaufnahmen, weil da wird die Wahrscheinlichkeit höher sein, dass man ein schönes Bild bekommt. Cool, sehr fein. Was kann ich berichten? Im letzten Jahr hat es noch die Wahl gegeben zwischen 4G und 5G. Heuer ist auf allen drei Geräten 5G schon dabei. Feine Sache. Was ist noch neu? Wie ihr vielleicht wisst, es gibt von Samsung jedes Jahr zwei Flaggschiffe. Einmal im Frühling die S-Serie, im Spätsommer die Not-Serie. Aus der Not-Serie bekannt ist der S-Ban. Also ein Stift, mit dem ich kreativ sein kann, mit dem ich zeichnen, skizzieren kann oder Unterschriften setze. Die gibt es ab heuer für das S21 Ultra auch zu erwerben, den Stift. Der ist nicht dabei, das muss man nur sagen. Den muss man extra sich anschaffen. Aber dann hat man eigentlich alle Funktionen. Und ich finde das cool, wenn man ganz schnell in der U-Bahn was skizziert. Feine Sache. Kann wie gesagt nur dieses Modell. Du brauchst allerdings auch ein eigenes Kabel dafür, weil es hat natürlich keinen Dock. Das stimmt. Aber dann hefte ich mir das an der Seite an. Funktioniert auch super. Gut, aber was ist noch innovativ? Wir haben vorher schon über die Dual-Linse geredet. Bin ich immer noch hin und weg. Hat so noch nicht gegeben. Bricht rekordet. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Und du hast angesprochen einen Kameramodus, den Director-Modus oder zu Deutsch Regie-Modus. Was ist das? Ich zeige das kurz für euch her. Da habe ich dann in der Ansicht, wie erwähnt, ich habe beim S21 Ultra auf der Rückseite vier Linsen. Auf der Vorderseite noch die Frontkamera. Und ich kann dann wirklich hier in der Ansicht hin und her switchen und habe einen fließenden Verlauf. Wenn ich ein Video mache, wie kann ich mir das vorstellen? Ich bin im Freien. Ich habe ein schönes Panoramamotiv. Will dann einmal vielleicht noch auf Leitwinkel schalten, dann etwas näher hingehen. Dann erzähle ich etwas zu dem Motiv, schalte auf die Frontkamera, plaudere ein bisschen und gehe dann wieder auf das Motiv zurück. Und das Ganze passiert fließend in einem Video. Coole Sache, habe ich so auch nicht gesehen. Genau, und du weißt auch gleich, wie das Motiv wirkt mit jeder Kamera, also mit jeder unterschiedlichen Brennweite. Das ist schon eine ganz coole Sache. Man muss nicht irgendwie überlegen, sondern sieht es einfach am Display, ein Blick genügt und man kann schon die richtige Kamera auswählen. Das ist schon eine coole Sache. Perfekt, ich hätte gesagt, das ist unser Stichwort für die Bewertung. Wolfi, was gibst du in der Kategorie Innovation? Ja, also wie gesagt, so der Innovations-Burner sind die beiden Modelle nicht. Ich gebe Ihnen eine 6, soll jetzt nicht knausrig klingen. Es sind wirklich coole Handys und für sich genommen wirklich top of the line, also wirklich Spitzenmodelle. Aber wenn man es jetzt einfach vergleicht, den Schritt in puncto Technik zum jetzigen Modell, vom letztjährigen Modell aus, dann hat sich nicht so irre viel getan. Deswegen gebe ich eben, wie gesagt, eine 6. Okay, wobei ich sagen muss, im letzten Jahr waren Sie halt wirklich innovativ mit den 120 Hertz. Kann nicht jedes Jahr so sein, ja. Genau, und heuer, finde ich, haben Sie halt nachgeschärft, da es noch so kleine Kinderkrankheiten gab im letzten Jahr. Das ist jetzt ausgemärzt, sehr, sehr runde Geschichte mit dem Zoom, mit dem Director-Modus, mit dem S-Ben. Also ich gebe 8 von 10 Punkten. Ich finde es sehr verdient. Gut, damit kommen wir eigentlich schon zur letzten Kategorie, Kategorie Ausstattung. Für alle, die noch mitmachen wollen, ihr könnt direkt unter diesem Video eure Frage stellen, was wollt ihr zu den drei Geräten wissen. Und am Ende gibt es dieses wunderbare S21 zu gewinnen. Deswegen kommentieren, kommentieren, kommentieren. Kategorie Ausstattung. Wolfe, vielleicht fasst du uns die Fakten zusammen. Ja, das mache ich natürlich sehr gern. Also fangen wir vielleicht gleich mit dem bisschen negativen Punkt an. Es fehlt zum ersten Mal bei der Samsung Galaxy S-Serie der Micro SD-Karten-Slot. Das heißt, hier unten haben wir ganz normal wie immer den SIM-Karten-Slot für Dual-SIM-Karten. Also Dual-SIM-Fähig ist es, nur es war anscheinend kein Platz mehr, um da noch einen Platz für eine SD-Karte reinzumachen. Die fehlt leider. Das heißt, wichtig Leute, wenn ihr euch für das Handy entscheidet, solltet ihr gleich am Anfang wissen, was ihr damit tun werdet. Also wenn ihr viel 8K-Aufnahmen macht zum Beispiel, was damit ja wunderbar funktioniert, dann solltet ihr euch lieber gleich nach einer größeren Speichervariante umschauen, weil 8K eine Stunde frischt schon, weiß nicht, 80 GB oder was. Also da muss man ziemlich sparsam sein oder aufpassen, sagen wir es mal so. Genau, deswegen das S21 Ultra gibt es schon mit 512 GB. Das heißt, wie du gemeint hast, wenn man viel filmt, fotografiert, Daten nicht alle in die Cloud legen will, dann von Haus aus schon überlegen, welches Modell es sein soll und dann zur entsprechend größeren Speichervariante greifen. Genau, richtig. Ich meine, sonst aufpassen auf das Handy jetzt, dass es mal runterfliegt oder so, das kann ruhig mal passieren, weil es ist IP68 zertifiziert, sind alle drei Modelle, sprich können nass werden und auch in staubiger Umgebung genutzt werden, also es soll eigentlich nicht kaputt werden dann. Und was da noch neu ist, also was einem vor allem bei der Kamera viel auffallen wird und auch beim Spiel natürlich, ist der neue Prozessor. Da hat sich im letzten Jahr so ein bisschen eine Diskussion gegeben, einen Aufschrei. Ist das heuer besser geworden, gleichwertig oder hat es sich sogar verschlechtert? Also es hat sich deutlich verbessert, man liest es auch schon, dass der Prozessor, der in Europa verwendet wird, das ist die Exynos-Reihe von Samsung, also ein hauseigener Chip, dass die um einiges besser ist als im Vorjahr. Im Vorjahr war nämlich das Problem, dass er relativ rasch heiß geworden ist und da wurde die Leistung stark gedrosselt. Man hat es dann oft gemerkt, vielleicht wenn man mit der Kamera viel herumgewechselt hat zwischen den einzelnen Objektiven oder viele Aufnahmen hintereinander gemacht wird, hat, dass es heiß geworden ist und dass es ein bisschen mehr Verzögerungen und Lags gab. Das ist aber jetzt eindeutig nicht mehr der Fall, also selbst wenn man Directors-Mode verwendet, wo ja vier Kameras simultan laufen, ist es zwar schon so, dass es heiß wird, aber man merkt überhaupt keine Leistungseinbußen. Sehr gut, ich habe schon mitgekriegt, erste Fragen sind schon reingekommen, die Leute interessiert auch der Akku, wie sieht es da aus? Wenn ich jetzt in der Früh schon beginne, die ersten E-Mails abrufe, Musik höre, chatte, auf Instagram unterwegs bin, tagsüber damit arbeite, am Abend vielleicht Stream, habe ich da überhaupt noch einen Soft? Muss ich es dazwischen an die Steckdose hängen? Wie sieht es da aus? Ja, also ich meine, das ist natürlich immer ein subjektiver Eindruck, also bei mir hat es gereicht, ich habe in letzter Zeit viele Aufnahmen gemacht und mich viel herumgespielt, im Handy hat gepasst, den ganzen Tag bin ich durchgekommen. Ich meine, wenn du fünf Stunden lang spielst, natürlich ist dann der Akku relativ schnell leer, aber jetzt für Alltägliches, was man sonst jeden Tag macht, Fotos machen, surfen, was weiß ich, dafür wird man auf jeden Fall ausgeben, denke ich mal. Sehr gut, sehr gut. Ich glaube, schöne abschließende Worte, bewerten wir das Ganze, Kategorie Ausstattung? Ja, also ich gebe der Ausstattung eine 9, es ist rundum geglückt, ich hätte ihm 15 Sterne gegeben, wenn er SD-Kartenslot hätte, plus 3,5mm Klinke, ist leider nicht der Fall, fällt natürlich weg, irgendwann wird jedes Handy wahrscheinlich, also kein Handy mehr, irgendwelche Anschlüsse haben, mal schauen, aber eben in dem Fall eine 9 ist eine sehr solide Ausstattung und da wird man den nächsten Jahren sicher Freude damit haben. Ja, wenn Samsung zuhört, Wunsch fürs nächste Jahr, wenn es wieder die Klinke gibt, gibt es sogar 20 Punkte, in dem Fall sind es 9, weil es ein sehr rundes Gesamtkonzept ist, das Beste an Technik verbaut ist, was man eben jetzt Anfang 2021 sich erwarten darf. Ich habe Bluetooth 5.2, der neuesten Standard, ich habe WLAN 6e, also was Besseres gibt es auch nicht. Das heißt, da ist wirklich alles drin, sehr, sehr rund, gefällt mir gut, deswegen 9 von 10 Punkten. Damit, Wolfi, sind wir eigentlich schon am Ende der Kategorien. Ihr habt in den letzten Minuten fleißig eure Fragen gestellt, fleißig kommentiert und ich darf die Regie jetzt bitten, dass sie uns ein paar Fragen zusteckt, dass wir die jetzt gemeinsam noch mit euch beantworten. Gut, vielen Dank für die Regie. Wir haben die Fragen von euch erhalten. Erste Frage, die ein paar von euch wissen wollten, in welchen Farben sind die Galaxy S21 verfügbar? Also ich vermute, die Serie, was wir da für Farben anbieten. Genau, ja, also beim Galaxy S21 Ultra gibt es nicht die irre große Farbenvielfalt, das gibt es eben in Phantom Black, so wie das hier und in Phantom Silver, das ist ein bisschen heller. Dann das S21 ist verfügbar in Weiß und Grau, also Phantom Black und Phantom Grey, wie Samsung nennt, und das S21 Plus ist noch zusätzlich verfügbar in Phantom Violet. Das ist die neue sozusagen Leadfarbe von Samsung. Schaut ganz cool aus. Ich würde eigentlich persönlich bevorzugen Phantom Grey hier. Fällt mir eigentlich sehr gut, schaut in Wege Ding aus. Meiner Meinung nach die beste Variante. Ich habe es eh schon gesagt, ich bleibe bei dem. Das ist für mich das Schlichteste, das Eleganteste, schwarz in schwarz. Cool gelöst, du hast angesprochen Violett, das ist halt von innen ihre Leadfarbe. Für die, die es mögen, da ist dann oben das Kameramodul in so einem Goldton gehalten. Also auch sehr stylisch, aber muss einem natürlich liegen. Gut, zweite Frage, was haben wir da bekommen? Kann man die Galaxy Buds, also die Kopfhörer, die es von Samsung gibt, beziehungsweise auch Watch Active, also die Smartwatch-Serie von Samsung, mit dem Galaxy S21 Reverse laden? Ja, also ich meine kurz abgekürzt, ja, das geht natürlich. Also wieder überall Wireless Charging unterstützt, plus halt eben auch Reverse Wireless Charging. Also sämtliches Zubehör oder das meiste Zubehör, das Wireless Charging fähig ist, kann natürlich über die Handys geladen werden. Es geht jetzt nicht irre schnell, aber ich meine, für Unterwegsmachung eine Notlösung ist sicher. Ja, also wenn man Kopfhörer schnell aufladen will, man muss jetzt noch eine Viertelstunde wieder Musik hören, einfach hinten drauf platzieren und dann beginnt es zu laden. Genau, vielleicht abschließend, da habe ich dann noch eine spannende Frage gesehen. Ich habe das Samsung Galaxy S20 Ultra, soll ich umsteigen? Ich vermute dann wahrscheinlich auf das S21 Ultra. Vermutlich. Vermutlich. Ist eine Überlegung wert, also es gibt dann doch einige Verbesserungen, speziell bei der Kamera. Habe ich jetzt eben die Quad-Kamera mit der Dual-D-Le, die sich verbessert hat. Im letzten Jahr, muss man sagen, ist mit Software-Seite ein bisschen nachkorrigiert worden, aber es ist das Problem gegeben mit dem Autofokus, der stark gepumpt hat. Das gibt es hier gar nicht mehr, das ist super gelöst. Ansonsten auch beim Display mit 120 Hertz, das kann ich jetzt auch in WQHD Plus adaptiv mir anschauen. Das war im letzten Jahr nicht möglich. Also, wenn man mit der Überlegung schon spielt, auf jeden Fall einmal in die Hand nehmen, ausprobieren. Ich finde, ist definitiv eine Überlegung wert. Ja, also ich meine vor allem, es gibt mehr Anreize umzusteigen von einem Galaxy S20 Ultra aufs S21 Ultra, als von einem Galaxy S20 auf ein S21. Also für die Leute mit Galaxy S10 und drunter, für die ist es ein deutliches Upgrade, vom S20 aufs S21, das muss vielleicht nicht unbedingt sein. Aber S21 Ultra ist auf jeden Fall eine Überlegung wert für alle, die das vorgegangen Modell haben. Finde ich, kann man sich wirklich überlegen. Vielen Dank für eure zahlreichen Fragen. Die Zeit ist schon etwas fortgeschritten, deswegen können wir jetzt nicht alles direkt in der Sendung beantworten. Aber, 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 wir verlängern das Gewinnspiel bis 15. Februar. Bis dahin habt ihr noch die Zeit, eure Fragen einzustellen. Direkt unter dieses Video einfach posten, einfach kommentieren. Was ist das Beste daran? Das Beste daran ist, dass Felix und ich die Fragen beantworten werden. Und das Zweitbeste daran ist, dass ihr dieses super tolle Galaxy S21 Smartphone gewinnen könnt. Also kommentieren, kommentieren und Fragen stellen. Ihr sichert euch damit die Chance auf den Gewinn dieses tollen Smartphones. Großartig. Wolfi, wenn ich dich fragen darf, wie würdest du den heutigen Hardware-Talk summieren? Was sind Schlagworte, die dir einfallen? Also ich würde es zusammenfassend für dich sagen, Galaxy S21 Reihe ist sehr gelungen. Also es gibt große Fortschritte beim Display und eben auch bei der Kamera. Samsung ist ja ziemlich früh gestartet dieses Jahr. Also Mitte Jänner wurde noch nie die neue Galaxy S Serie vorgestellt. Das heißt, die Latte liegt hoch für die anderen Hersteller. Bin gespannt, was da noch nachkommt. Und bin auch gespannt von Samsung, was sie noch dieses Jahr herzeigen werden. Weil das war jetzt einmal der Anfang. Kann eigentlich nicht mehr viel besser werden. Mal schauen, wir werden es sehen. Schöne abschließende Worte, finde ich. Wolfi, es war heute wieder ein sehr amüsanter Tag mit dir. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ja, war sehr gut. Danke. Ich hoffe, wir sehen uns dann demnächst wieder, wenn es heißt Hardware-Talk. Und bis dahin, alles Liebe und gesund bleiben. Genau. Und danke fürs Zuschauen. Ciao. Baba.